Josh Peck hat sich nach der Veröffentlichung der Investigation Discovery-Doku-Serie, die die Vorwürfe gegen seinen Co-Star Drake & Josh, Drake Bell, aufdeckte, zur Unterstützung von Überlebenden von Missbrauch geäußert. Peck betonte die Notwendigkeit von Veränderungen in der Branche und von Unterstützung für die Opfer. Bell teilte auch mit, dass Peck sich privat an ihn gewandt hatte, um seine Unterstützung inmitten der Kontroverse zu bekunden. Nancy Sullivan, die die Mutter der beiden auf dem Bildschirm spielte, drückte ihren Kummer über Bells Vergangenheit aus und lobte seinen Mut, die Wahrheit zu sagen. Die Doku-Serie beleuchtete Missbrauchsvorwürfe, Sexismus und Rassismus in Nickelodeon-Shows aus den frühen 2000er Jahren und veranlasste Figuren wie Dan Schneider zum Nachdenken, der Reue für vergangenes Verhalten zeigte.